Kapitel 1 Heimat ist Modul 3, Aufgabe 1a Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. Ich wollte dort eine Tante besuchen. Ich saß schon länger alleine in einem Abteil und freute mich, als in Padua die Tür aufging und eine junge Frau, zugegeben eine ziemlich sympathisch wirkende Frau, mir eine Frage stellte. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber mir war sofort klar, dass sie sich setzen wollte. Freundlich lächelnd sagte ich eines der wenigen italienischen Wörter, die ich damals konnte. Sie, also ja. Sofort verschwand das Lächeln auf ihrem Gesicht und ohne ein weiteres Wort schloss sie die Tür und ging weiter. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. War ich so abstoßend? Erst Jahre später wurde mir klar, was passiert war. Bei uns fragen die Leute eigentlich fast immer, ist der Platz noch frei, wenn sie sich setzen möchten. In Italien ist das anders. Da fragen die Leute meistens, ob der Platz Occupato, also besetzt ist. Nun ja, am Ende dieser Reise saß ich mit drei älteren italienischen Herren im Abteil. Und es war sehr lustig. Wir haben uns mit Händen und Füßen und mithilfe meines Wörterbuches bestens unterhalten. Über Essen und Fußball. Unser drittes Statement kommt von einer jungen Lehrerin, Simone Ritterbusch, die täglich mit Jugendlichen zu tun hat. Besonders am Anfang war es nicht gerade leicht, meine Rolle als Lehrerin zu erfüllen. Damals war ich ja zum Teil jünger als einige meiner Schüler hier an der Berufsschule. Und denen habe ich dann auf einmal gesagt, das war okay, aber das musst du anders machen. Und wie reagieren die Schüler? Erstaunlich finde ich, dass Schüler viel Kritik ertragen können. Sie reagieren sehr ruhig darauf. Es kommt selten vor, dass sie selbst Kritik am Unterricht üben. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben, dann eine schlechte Note zu bekommen. Nur mit Fragebögen schaffe ich es, sie dazu zu bringen, mir ihre Verbesserungsvorschläge zu nennen. Und wie kritisieren sie? Ich selbst versuche, meinen Schülern mit Respekt zu begegnen, wenn ich sie kritisiere. Ich finde es furchtbar, wenn man jemanden vor der gesamten Gruppe blamiert. Darin war mein alter Biolehrer ein Meister. Neulich erst haben meine Schüler einen meiner Kollegen zitiert. Er sagte, Was wollt ihr denn Nachrichtensendungen ansehen? Die könnt ihr doch gar nicht verstehen. Da werden schließlich mehr als zwei Sätze zu einem Thema gesagt. Was soll man da noch sagen? Wir Lehrer können den Schülern jedenfalls viel Selbstvertrauen nehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus? Stecken Sie Kritik ein oder teilen Sie eher aus? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns... Modul 3, Aufgabe 2 Hier ist noch Platz. Sollen wir uns hier hinsetzen? Mhm. Mhm. Also, lasst es euch schmecken. Danke. Gleichfalls. Hey, habt ihr schon von dem Team-Event gehört? Finde ich toll, dass wir sowas machen dürfen. Was denn für ein Team-Event? Wir fahren alle zusammen an einen See und bauen dort selbst ein Boot. Ich glaube, das wird witzig. Ach echt? Was du schon wieder alles weißt. Wann ist das denn? Am Freitag, den 25. Ach, muss das sein? Ausgerechnet an einem Freitag? Da gehe ich eigentlich immer früher nach Hause. Das passt mir gar nicht. Wie lange soll das Ganze denn dauern? Also, sicher bis in den Abend hinein. Wir grillen ja auch noch an irgendeiner Hütte am See. Ich finde die Idee wirklich gut. Das wird bestimmt total lustig. Ja, mag schon sein, aber der Termin liegt echt blöd. Freitags will ich am Nachmittag oder wenigstens am Abend bei meiner Familie sein. Warum machen wir das denn nicht unter der Woche? Na, warum wohl? Ich weiß eh nicht. Müssen wir dann am Ende mit dem Boot aufs Wasser? Ich bin nicht so die Wasserratte. Naja, was heißt müssen? Zwingen kann dich natürlich niemand. Aber wenn du nicht mitmachst, macht das bestimmt keinen guten Eindruck. Na super. Ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, dass mich mein Arbeitgeber drängt, in ein wackeliges Boot zu steigen. Das sind doch Aktivitäten, bei denen jeder selber entscheiden sollte, ob er mitmachen will oder nicht. Dazu kann ich doch die Leute nicht zwingen. Außerdem habe ich zwei linke Hände, wenn es um handwerkliches Arbeiten geht. Ich bin bestimmt die Erste, die sich mit dem Hammer auf den Daumen haut. Naja, also wer redet denn von Zwingen? Ich glaube nicht, dass jemand in das Boot steigen muss, wenn er nicht möchte. Sinn und Zweck ist doch, dass wir zusammenarbeiten und gemeinsam ein Problem lösen. Es geht doch bei solchen Events immer um Teamarbeit. Und ich finde es super, dass uns unsere Chefs so eine Möglichkeit bieten. Es ist ja schließlich nicht selbstverständlich, dass Firmen für solche Maßnahmen Geld ausgeben. Mein Freund hat übrigens auch schon mal sowas mitgemacht. Die waren in einem Klettergarten und waren am Anfang ganz lange unten auf dem Boden und haben dort Aufgaben gelöst. Wie zum Beispiel jemanden durch ein Netz zu heben, ohne dass er das Netz berührt. Das hat total Spaß gemacht und war für alle lustig. Auch für die mit Höhenangst. Ach, trotzdem. Ich mag sowas einfach nicht so gerne. Ich will mich auch nicht von meinen Kollegen durch ein Netz heben lassen. Wie komme ich mir da denn vor? Ich finde das echt doof. Also eigentlich finde ich die Idee ganz lustig. Ich finde es auch gut, wenn wir mal was ganz Konkretes machen können. Ich meine so richtig was bauen, was man da nachher anfassen und benutzen kann. Wir sitzen doch sonst immer nur am Computer. Aber auf der anderen Seite bin ich sowieso schon so viel unterwegs für die Firma. Da finde ich es wirklich nicht in Ordnung, dass ich dann schon wieder einen Termin habe, der dann auch noch bis Freitagabend geht. Ich bin ja schließlich nicht der Einzige, der freitags früher geht. Das wissen unsere Chefs doch auch. Ach komm, aber du gehst doch bestimmt auch manchmal am Freitagabend mit Freunden ins Kino oder so. Also das ist doch was ganz anderes. Das ist schließlich meine Freizeit und da will ich natürlich auch mal meine Freunde treffen. Also nix gegen euch, aber ich finde jetzt nicht alle Kollegen so nett, dass ich unbedingt einen ganzen Tag und dann noch den Abend mit ihnen verbringen möchte. Eben. Ich meine, unser Job ist immer noch unser Job und nicht unsere Freizeit, oder? Ja, ja, stimmt ja alles. Ich freue mich trotzdem drauf. Vor zwei Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Ich war zwei Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie, zu der ich auch heute noch Kontakt habe, obwohl ich gleich am Anfang in ein dickes Fettnäpfchen getreten bin. Am ersten Tag, als ich angekommen bin, hat mir die Familie ihr Haus gezeigt und auch einen wunderschönen kleinen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten, habe gleich die Tür nach draußen aufgerissen und bin durch den Garten gelaufen und habe die ein oder andere Pflanze angefasst. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die anderen alle noch im Haus standen und mich sehr komisch angeschaut haben. Später hat sich herausgestellt, dass dieser Garten nicht zum Rumlaufen gedacht war, sondern zum Ansehen. Und ich mit meinem Rumrennen und Rumhüpfen habe natürlich diesen Ort der Ruhe und Entspannung aus japanischer Sicht recht respektlos behandelt. Das war mir echt peinlich. Modul 4, Aufgabe 4a Dialog 1 Guten Morgen, Herr Büchner. Guten Morgen. Ich habe Ihr Protokoll bekommen. Können wir kurz darüber sprechen? Ja, sicher. Gut. Ich hätte da noch gerne einige Änderungen. Das Protokoll ist einfach zu lang. Ich habe schon mal gestrichen, was nicht so wichtig ist. Ah ja, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass Sie nur die Ergebnisse haben wollten. In unserer Abteilung machen wir immer ein Ergebnisprotokoll, weil keiner viel Zeit zum Lesen hat. Ja, gut. Verstehe. Ach und noch eins. Bitte achten Sie auf die Rechtschreibung. Im Protokoll sind einige Fehler. Und zwei Namen waren auch nicht korrekt. Oh, das ist mir aber peinlich. Das kommt nicht wieder vor. Okay. Dann erwarte ich das korrigierte Protokoll bis heute Mittag. Ja, sicher. Kein Problem. Modul 4, Aufgabe 5a Ich habe mir Ihre Bewerbungsunterlagen sehr genau angesehen und ich muss sagen, das hat mir alles ganz gut gefallen. Ja, dann erzählen Sie mir doch mal etwas über sich. Schießen Sie los. Ja, womit soll ich denn anfangen? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben jetzt das Sagen. Ja, also, ähm, ich bin 28 Jahre alt und in der Nähe von Nürnberg geboren. Äh, ja, ich habe nach dem Abitur in Heidelberg an der Hochschule für Internationales Management studiert. Das hat mir viel Spaß gemacht. Auch weil ich während des Studiums ein Zimmer gefunden habe und endlich meine eigenen vier Wände hatte. Ich war ja so froh, endlich nicht mehr zu Hause zu wohnen. Ah ja, vielleicht erzählen Sie mal, warum haben Sie eigentlich Eventmanagement studiert? Schon vor dem Abitur wusste ich, dass ich gerne in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte und ich habe spätestens bei der Abifeier gemerkt, dass mir das Organisieren, Planen und auch Durchführen von Veranstaltungen sehr viel Spaß macht. Wir haben damals zu zweit die ganze Abifeier organisiert. Das war toll. Ja, äh, da war mir dann sehr schnell klar, dass ich Eventmanagement studieren möchte. Und nachdem ich die verschiedenen Hochschulen verglichen habe, habe ich mich für Heidelberg entschieden, weil dort im Studium auf die Fremdsprachenausbildung besonders großen Wert gelegt wird. Ja, das war mir wichtig. Und ich habe neben Englisch und Französisch auch ganz gut Arabisch gelernt. Und warum möchten Sie jetzt die Stelle wechseln? Sie haben ja eine ganz interessante Position, wie ich in Ihrem Lebenslauf sehe. Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich gefällt mir die Arbeit ganz gut. Aber seit ein paar Monaten haben wir eine neue Chefin. Sie ist eine ehemalige Kollegin und, tja, wie soll ich sagen, wir waren früher ganz gut befreundet. Aber jetzt klappt das irgendwie nicht mehr so gut. Ich denke, es wäre besser, wenn ich mir eine andere Stelle suche. Tja, das war jetzt eine sehr ehrliche Antwort von mir. Wahrscheinlich zu ehrlich. Aber unabhängig davon arbeite ich nach wie vor sehr gerne als Eventmanagerin. Es ist mir immer wieder eine richtige Freude, wenn ich die Menschen auf den Veranstaltungen sehe und alles reibungslos funktioniert und die Leute sich amüsieren. Ich mag auch die Anspannung, die ja dann doch vor den Events immer in der Luft liegt. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, in Ihrem Unternehmen beginnen zu können. Ich freue mich darauf, die Erfahrungen, die ich bei der Organisation großer Events in den letzten Jahren gesammelt habe, gewinnbringend in Ihr Unternehmen einzubringen. Ich denke, Sie merken es schon. Mein Ziel ist, noch häufiger große Events für internationale Kunden zu organisieren. Ich brauche die Herausforderung, wie man so sagt. Ah ja, das klingt natürlich interessant. Dann würde ich jetzt mit Ihnen gerne noch besprechen... Ich war mal in der Türkei im Urlaub und bin da nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Land gefahren. Ich hatte vorher ein bisschen Türkisch gelernt, sodass ich ganz einfache Fragen stellen konnte, wie zum Beispiel, wohin ein Bus fährt, wo ein Hotel ist und sowas. Ich wollte nach Bursa und da habe ich am Busbahnhof einen Busfahrer gefragt, der seinen Bus schon gestartet hatte. Entschuldigung, fährt der Bus nach Bursa? Der Fahrer schaute mich an und sagte nix. Ich fragte ihn also nochmal. Fährt der Bus nach Bursa? Und der sagt wieder nix und hebt nur die Augenbrauen. Ich war dann schon langsam ungeduldig und habe ihn dann doch etwas genervt gefragt. Fährt der Bus jetzt nach Bursa oder nicht? Und wieder hebt er nur die Augenbrauen. Ein anderer Fahrgast aus dem Bus hatte dann wohl Mitleid mit mir und hat netterweise gesagt, nein, der Bus fährt nicht nach Bursa. Ich wusste halt nicht, dass Augenbrauenheben so viel wie nein bedeutet. Dialog 2 Hallo Marika. Ach, kommst du auch noch? Wie? Es ist doch genau vier. Vier? Wir waren um halb vier verabredet. Aber wir... Nix aber. Es ist immer das Gleiche. Immer muss ich warten. Weißt du, wie ich das finde? Ich weiß ja, aber... Sau blöd finde ich das. Keine Verabredung hältst du ein. Marika, jetzt halt mal die Luft an. Wie bitte? Ja, ich bin manchmal vielleicht unpünktlich. Pah, das kann man wohl laut sagen. Aber ich komme auch oft pünktlich. Ha, da lachen ja die Hühner. Weißt du was? Das blödeste Huhn bist du. Ich gehe. Also das ist... Ich schicke dir dann die Mail, in der wir uns um vier verabredet haben. Ja, prima. Mach das. Kapitel 4 Zusammenleben Modul 3, Aufgabe 1b Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendung Fakt. Heute zum Thema Internet. Eine Gefahr für alle? Im Studio begrüßt sie herzlich Barbara Sommer. Hätten Sie es gewusst? In Deutschland gibt es derzeit 53,4 Millionen Internetnutzer. Damit sind fast 80 Prozent der Deutschen online und die Zahl der Internetnutzer hat sich gegenüber dem Jahr 2000 verdreifacht. Aber was machen die Deutschen eigentlich im Internet? Wozu nutzen sie es? Um diese Fragen zu beantworten, hat sich mein Kollege Thomas Heinrich und das Volk gemischt. Thomas, hörst du mich? Ja, sehr gut. Guten Morgen nach Berlin Mitte ins Studio. Ich stehe hier am Kuhfürstendamm und will gleich mal einige Passanten ansprechen. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Nutzen Sie das Internet? Ja, klar. Ich nutze das Internet sehr oft. Ich koche gerne und bin ständig auf der Suche nach neuen Rezepten. Das Internet ist eine richtige Fundgrube dafür. Und ich lese recht viel. Ich mag Krimis. Bücher muss man heute ja gar nicht mehr als Buch kaufen. Ich kaufe sie im Internet und lade sie auf meinen E-Reader. Da habe ich schon eine ganze Krimisammlung drauf. Toll. Vielen Dank und alles Gute für Sie. Und du? Darf ich dich auch fragen, wie du das Internet nutzt? Ähm, das ist eigentlich ganz klar. Ich treffe meine Freunde im Netz. Meistens in Netzwerken. Wir chatten, tauschen Infos über neue Songs und Filme aus. Und sehr oft spielen wir gegeneinander. Die meisten meiner Freunde sind Mitglieder in einer großen Game-Community. Das macht echt Spaß und die Spiele wirken total realistisch. Die sind richtig gut gemacht. Prima. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und Sie? Sie sind gerade hier stehen geblieben. Wie nutzen Sie denn das Internet? Ja, also, ich komme nicht aus Deutschland. Und wenn ich im Internet bin, dann skype ich oft mit meiner Familie zu Hause. Das kostet nicht so viel und ich kann meine Familie und Freunde wenigstens über die Kamera sehen. Das hilft mir ein bisschen, mein Heimweh zu vergessen. Ja, das kann ich gut verstehen. Herzlichen Dank. Entschuldigung, eine Frage. Wozu nutzen Sie das Internet? Also, ich finde es richtig praktisch, dass man sich im Netz so gut informieren kann. Zum Beispiel über Produkte, die man kaufen möchte. Oder über Reisen, für die man sich interessiert. Es gibt tolle Seiten, auf denen kann man sich durch Hotelbewertungen klicken, Fotos vom zukünftigen Urlaubsort anschauen und natürlich die Preise vergleichen. Das ist total wichtig und spart Geld. Und man kann direkt im Netz buchen. Egal ob Flug, Hotel, Fahrkarten oder Eintrittskarten. Ich finde das alles sehr praktisch. Das erspart einem viele Wege. Okay, vielen Dank. Ja, Barbara, das war's von mir. Ich übergebe wieder an dich. Danke, Thomas. Modul 3, Aufgabe 3. Wie entstehen eigentlich kulturelle Missverständnisse? Stellen Sie sich ein Mannschaftssport vor. Basketball, Fußball oder Baseball, den Sie schon seit Jahren spielen. Für jede Sportart gibt es Regeln, die egal wo man spielt, genau gleich sind. Deswegen kann man diese Sportarten problemlos überall auf der Welt mit anderen Menschen spielen, wenn sie die Regeln kennen. Mit der Kultur ist das so ähnlich. Wir spielen in einem Team und wie für jedes Spiel gibt es auch hier bestimmte Regeln. Aber diese Regeln sind nicht überall gleich. Das macht die Sache kompliziert. Jedes Team hat seine eigenen Regeln entwickelt. In jedem Land oder Kulturkreis gelten also andere Regeln. So hat jede Kultur eigene Vorstellungen davon, wie sich ein Mensch richtig oder falsch verhält. Aber diese Regeln kann man nicht nachlesen wie die Regeln zum Fußball oder Basketball. Denn sie werden oft unbewusst weitergegeben. Von den Mitgliedern eines Kulturkreises werden sie oft als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Wenn Menschen aus mehreren Kulturen aufeinandertreffen, begegnen sich auch unterschiedliche Weltanschauungen. Fehlinterpretationen, Missverständnisse und Probleme entstehen oft deshalb, weil jede Seite dazu tendiert, die andere Gruppe aus der eigenen kulturellen Sicht zu betrachten. Für das bessere Verständnis anderer Kulturen ist es daher wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Es gibt in der Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur kein richtig oder falsch, sondern das Verhalten und die Sitten sind anders und unterschiedlich. Wer das nicht bedenkt, dem kann es passieren, dass er Fußball spielen möchte, aber die anderen spielen Basketball, um bei unserem Vergleich zu bleiben. Dialog 3 Nein, es gibt nicht noch mehr Taschengeld. Und Schluss. Ja, aber die anderen? Was interessieren mich die anderen? Hey, geht's schon wieder ums Geld? Ja, klar. Jeden Monat das Gleiche. Aber stimmt doch. Die anderen können sich sogar Klamotten von ihrem Taschengeld kaufen. Naja, aber die bezahlen wir ja auch. Aber ich kann nie alleine entscheiden, wenn ich was kaufen will. Das ist auch besser so. Na, na. Vorschlag. Wir vereinbaren für die nächsten sechs Monate einen festen Betrag für Kleidung, zum Beispiel 180 Euro. Das ist viel zu wenig. Warte doch mal. Dann bekommst du jeden Monat 30 Euro extra auf dein Konto. Wenn du dann Klamotten kaufen willst, nimmst du das Geld vom Konto. Wenn nicht, dann sparst du das Geld. Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hast du ne bessere? Wir können ja später nochmal drüber reden. Na gut. Modul 3, Aufgabe 1c und d. Jetzt haben wir gehört, dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, was man im Internet alles machen kann. Da stellt sich die Frage, lauert da nicht auch eine Gefahr? Dazu habe ich mir ins Studio einen Internet-Experten eingeladen. Herrn Professor Westermann. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Sommer. Herr Professor Westermann, Sie sind Experte für Suchtkrankheiten und beschäftigen sich vor allem mit der Abhängigkeit vom Internet. Sind wirklich so viele Menschen online süchtig? Zum Thema Online-Sucht gibt es sehr viele Studien. Die Berliner Charité hat erst vor kurzem wieder Untersuchungen zum Thema Computerspielsucht angestellt. Die Ergebnisse versetzen nicht nur Eltern und Lehrer in Aufregung, sondern auch Politiker. 10% der befragten Kinder zwischen 11 und 14 Jahren sind nach dieser Studie Computerspielsüchtig. 12% zeigen bereits erste Anzeichen einer Online-Sucht. Einer amerikanischen Studie zufolge sind 10 bis 20% der Internetnutzer süchtig. Die genaue Zahl ist immer von der jeweiligen Definition abhängig. Da möchte ich Ihnen gleich die nächste Frage stellen. Was versteht man denn unter Online-Sucht? Mediensucht, Computersucht, Computerspielsucht, Online-Sucht, Internetsucht oder Internetabhängigkeit, das alles sind Begriffe für sehr ähnliche Suchtformen. Sie stehen natürlich mit der Verbreitung der neuen Medien in Verbindung. Viele Menschen denken bei Suchtkrankheiten sofort an Alkohol, Drogen oder Zigaretten. In diesen Fällen werden Substanzen oder Stoffe konsumiert, die das Bewusstsein verändern, und man spricht dann von einer stoffgebundenen Sucht. Internetsucht ist jedoch stoffungebunden. Sie beschreibt also nicht den Konsum einer Substanz, sondern ein Verhalten, nämlich die exzessive Nutzung von Computer und Internet. Wie entsteht denn eine solche Sucht? Eine große Rolle bei der Entstehung einer Sucht spielt die Tatsache, dass Jugendliche heute enorm unter Druck stehen. Von ihnen wird gerade in der Schule viel erwartet. So entsteht häufig extremer Stress. Gerade unter solchen Umständen sind Menschen besonders in Gefahr, denn der Computer dient dann sehr oft zur Stressbewältigung. Die Jugendlichen ergreifen die Flucht vor der Realität in virtuelle Parallelwelten, die gerade Online-Spiele perfekt aufbauen. Auf diese Weise werden negative Gefühle ganz einfach verdrängt. Und kann man diese Krankheit leicht erkennen? Gibt es Symptome? Symptome eigentlich nicht. Es gibt eher formale Kriterien bzw. Merkmale. Man spricht von einer Sucht, wenn mindestens drei dieser Merkmale über einen längeren Zeitraum zutreffen. Und welche Merkmale sind das? Ja, also da kommen mehrere Merkmale in Betracht. Das wichtigste Merkmal ist, dass im Denken und Verhalten die Online-Welt dominiert. Die Tätigkeit am Computer wird zur wichtigsten Aktivität im Leben. Gibt es denn auch körperliche Reaktionen? Natürlich, die sogenannten Entzugserscheinungen. Sie stellen ein weiteres Merkmal dar. Unter Entzugserscheinungen versteht man, dass der Körper wie bei einer stofflichen Abhängigkeit, zum Beispiel bei einer Alkoholabhängigkeit, zu reagieren beginnt, wenn man einem Erkrankten den Computer wegnimmt. Dieser Entzug hat dieselben Wirkungen. Es kommt zu Angstzuständen, Konzentrationsschwäche, Nervosität, hohem Blutdruck und Aggressionen. Was mich unbedingt noch interessiert, Herr Professor Westermann, ist, ob es bei der Diagnose von Onlinesucht bestimmte Zeitvorgaben gibt. Wie viele Stunden spielt man? Ist man online? Sitzt man vor dem Computer, wenn man von einer Sucht spricht? Das kann man nicht so einfach beantworten. Das ist nämlich sehr individuell. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass Süchtige, und da hätten wir gleich noch ein Merkmal, die Kontrolle über die Zeit verlieren. Ihnen gelingt keine zeitliche Eingrenzung mehr. Sie können nicht mehr einschätzen, wie viele Stunden Sie gerade am Computer verbracht haben. Und verbringen deshalb immer mehr Zeit in der Online-Welt. Genau. Es ist ein Teufelskreis. Vielen Dank, erst mal Herr Professor Westermann, für die interessanten Informationen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Professor Westermann haben, dann beantwortet er Sie gerne bis 12 Uhr an unserem Ratgeber-Telefon. Sie erreichen uns unter der Nummer 030 4523... Modul 4, Aufgabe 2, Abschnitt 1 Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Reihe Leben in Deutschland. Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden und damit bunter. Von den insgesamt knapp 80,5 Millionen Menschen in Deutschland haben allein gut 7 Millionen einen ausländischen Pass. So viele wie in keinem anderen der 28 EU-Staaten. Rechnet man noch die Menschen hinzu, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, dann haben rund 16 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, fast ein Fünftel der Einwohner in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Am buntesten sind die großen Städte. In Berlin zum Beispiel kommen von den 3,4 Millionen Einwohnern ca. 900.000 ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus 184 anderen Staaten. In Frankfurt haben etwa 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. Aber was ist eigentlich wichtig, damit das Zusammenleben und die Integration gut funktionieren? Wir haben dazu ein paar Leute befragt. Hören Sie selbst und rufen Sie an oder mailen Sie, um auch Ihre Meinung zum Thema zu äußern. Tja, also, während der Vorlesungszeit schaffe ich es einfach nicht, auch noch nebenher zu arbeiten. Deshalb jobbe ich immer in den Semesterferien. Meine Uni hat eine Webseite, auf der alle möglichen Studentenjobs angeboten werden. In den letzten Ferien habe ich immer in einem Reisebüro ausgeholfen. Diesen Sommer mache ich allerdings ein Praktikum in der Marketingabteilung eines Verlags. Bei dem Praktikum verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrungen. Gefunden habe ich das Praktikum im Internet, über eine Praktikumsbörse. Modul 3, Aufgabe 2a 1 Die Berliner Charité hat Untersuchungen zum Thema Computerspielsucht angestellt. 2 Die Ergebnisse versetzten nicht nur Eltern und Lehrer in Aufregung. 3 Da möchte ich Ihnen gleich die nächste Frage stellen. 4 Die Jugendlichen ergreifen einfach die Flucht in virtuelle Parallelwelten. Abschnitt 2 Person 1 Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2 Hm, ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also, wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des Anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3 Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Wir müssen lernen, die Stärken der Anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4 Person 5 Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen, besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. B Nun, ich habe lange als Bauzeichner in einem kleinen Architekturbüro gearbeitet, das aber leider vor drei Jahren schließen musste. Danach war ich dann eine Weile arbeitslos und habe viele Bewerbungen geschrieben. Aber irgendwie hat nichts geklappt. Ich habe weder über Stellenanzeigen in der Zeitung noch über Internetportale eine neue Stelle gefunden. Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. Deshalb bin ich dann zu einer Agentur für Zeitarbeit gegangen und die haben mich gleich direkt für ein halbes Jahr in eine Firma vermittelt. Danach hatte ich noch mehrere kürzere Einsätze in verschiedenen Firmen und dann hatte ich Riesenglück. Ein Ingenieurbüro hat mich nach dem Ende des Zeitvertrags fest angestellt. Modul 4, Aufgabe 5b Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Die bleibt. Und da kriegt die alles mit, was man so macht. Die sieht ja alles. Die sieht zum Beispiel, ob man mit offenem Mund kaut. Solche Geschichten. Und dann hört die auch alles. Alles. Da kann man nichts mehr vormachen. Die kriegt richtig mit, wie man so isst und was man macht im Leben. Hört alles. Merkst du eigentlich, dass du jedes Mal, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, einen ganz anderen Ton in deiner Stimme hast, merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Und deine Mutter hat immer recht. Wenn ich das Gleiche sage, ich habe nie recht. Deine Mutter hat immer recht. Merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Ein Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen als Mann nach Hause, müde, abgeschlafft, abgefischt von der Arbeit. Dann ist Ihre Frau schon mal da. Dann hat sie gewartet. Dann will sie sich unterhalten. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Oder umgekehrt, ein netter Kerl wie Sie, schon mal zu Hause, hat eine Stunde lang schön gewohnt. Dann kommt seine Frau nach Hause, auch von der Arbeit, vielleicht auch müde, auch abgeschlafft und abgefischt. Die will sich auch mal ausruhen. Und da kommt die rein. Die hat einen Schlüssel. Die darf das. Es ist völlig legal. Die kommen rein. Die klingelt nicht an der Gegensprechanlage, sodass man sagen kann, du passt gerade nicht, komm nächsten März mal wieder. Nein! Und auch die ganzen Macken und Fehlern, Unzulänglichkeiten, die man im Lauf seines Lebens für sich, seines Single-Lebens für sich angesammelt hat, das muss sie ja auch alles tolerieren. Das muss man ja gegenseitig aushalten. Macken ohne Ende. Ein Bekannter von mir hat die Macke, dass er seine getragenen Socken ins Kopfkissen mit reinstopft. Der schläft mit dem Kopf auf den getragenen Socken. Ich will es mal so ausdrücken, sein Verführungsumfeld ist dadurch relativ eingeschränkt. Wir sind noch nach 10 Minuten wieder draußen. Da kommt es ja allenfalls zur Half-Night-Stance, wenn überhaupt. Ich habe ja auch jede Menge Macken. Ich will nur eine erzählen. Meine Carrera-Bahn zum Beispiel, die mir lieb und teuer ist, habe ich bei mir im Flur aufgebaut. Streckenlänge 16,30 Meter. Mit zwei Brücken. Kommen Sie mal vorbei, können wir dann Runde spielen. Aber wissen Sie was? Der Ricarder macht das nichts aus. Das finde ich toll an dieser Frau. Die steigt da drüber weg. Es ist ihr egal. Die toleriert das. Das finde ich super. Da habe ich gedacht, das ist schön, dass Ricarder das nichts ausmacht. Meine ganzen anderen Fehler, Unzuländigkeiten, Macken, dass ihr das alles nichts ausmacht, finde ich toll an dieser Frau. Und gleichzeitig habe ich Panik bekommen. Ich habe gesagt, wenn ihr das alles nichts ausmacht, was muss dieselbe erst für Macken haben, von denen ich gar nichts weiß? Kapitel 2 Sprich mit mir Auftakt Aufgabe 1, Nummer 6 A B C D D E F G Meine Ausbildung als Bürokauffrau habe ich in einem Import-Exportbetrieb gemacht und dort habe ich dann auch nach der Ausbildung einige Jahre gearbeitet. Ich mag meinen Beruf echt gerne, aber nach ein paar Jahren fand ich es dort zu langweilig. Ich habe angefangen, regelmäßig Stellenanzeigen im Internet zu lesen. Dort gibt es ja zahlreiche Portale, auf denen man Stellen suchen kann. Ab und zu waren wirklich interessante Angebote für mich dabei. Bei der dritten Bewerbung hat es dann auch gleich geklappt. Inzwischen arbeite ich bei einem privaten Fernsehsender. Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben. Modul 1, Aufgabe 2 Woran liegt es, dass uns manche Menschen sympathisch sind, andere dagegen nicht? Der Grund dafür kann nicht nur sein, was sie sagen, sondern auch wie sie es sagen und mit welchen Signalen sie ihre Aussagen unterstreichen oder ihnen widersprechen. Je eindeutiger diese Signale sind, desto besser verstehen wir sie. Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. Sie äußert sich zum Beispiel in Körperbewegungen, Haltungen, Gesten und Mimik. Einige Experten zählen auch den Tonfall zur Körpersprache. Durch die genannten Ausdrucksformen verraten Menschen ihre Emotionen, denn unser Körper kann nicht lügen. Experten sind der Meinung, dass sich die Körpersprache viel schlechter unter Kontrolle halten lässt, als die Zunge. Selbst wenn jemand versucht, seinen Gesprächspartner bewusst durch Körpersignale zu täuschen, kann er das nicht lange durchhalten. Je länger ein Gespräch dauert, umso klarer wird die Bedeutung der Körpersignale und wir können leichter erkennen, wie sich der andere fühlt. Diese Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, ob Körpersprache angeboren ist. Nun, das kann weder bejaht noch verneint werden. Körpersprache ist nämlich die Verbindung von beidem. Genetisch vorgegebene Verhaltensmuster werden mit kulturell bedingten erlernten Verhaltensmustern erweitert. So benutzen fast alle Menschen die gleiche Mimik. Das Anheben der Mundwinkel und das Freilegen der Zähne bedeutet überall, ich lächle und bin ein friedlicher Mensch. Dieser Gesichtsausdruck ist ein Erbe der Evolution, denn ursprünglich haben die Affen so ausgedrückt, dass sie anderen Artgenossen friedlich gegenüberstehen. Deshalb versteht auch jedes Baby ein Lächeln als etwas Positives, obwohl es noch gar keine Sprache beherrscht. Hängende Mundwinkel versteht übrigens auch jeder Mensch. Sie drücken Trauer aus. Unsere Mimik transportiert also Signale, die Emotionen ausdrücken, und diese werden in sämtlichen Kulturen sehr ähnlich gezeigt. Bei den Gesten sieht es da schon etwas anders aus, denn sie sind sehr viel kulturspezifischer. Kopfschütteln oder Nicken drücken aus diesem Grund nicht immer dasselbe wie bei uns aus. Ein Hochwerfen des Kopfes bedeutet in Griechenland und Bulgarien zum Beispiel, nein, wirkt auf uns aber wie ein Nicken. Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. Als Antwort auf die Frage, ob Körpersprache angeboren ist, soll abschließend Prof. Sami Molchow, Experte für Körpersprache, zitiert werden. Den größeren Teil der Mimik, Gebärden und Gesten, mit denen wir uns gegenüber anderen ausdrücken, haben wir uns durch Nachahmung oder Erziehung angewöhnt. Sie dienen dazu, unsere Gefühle darzustellen und sind, bei aller Subjektivität und Individualität, ein allgemein verbindlicher Code. D Also, ich habe jahrelang in einer Schneiderei gearbeitet. Seit ich denken kann, habe ich aber davon geträumt, mich als Schneiderin selbstständig zu machen. Naja, und jetzt besitze ich einen Laden und verkaufe meine eigenen Sachen. Meine Produkte kann man auch über das Internet bestellen. Ja, was kann ich noch sagen? Die Selbstständigkeit ist zwar nicht immer einfach, aber auf jeden Fall spannend. Meine Tätigkeiten sind jetzt vielfältiger. Ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Produktion kümmern. Auch die Finanzierung und Werbung sind wichtig. Das ist manchmal schon sehr anstrengend. Aber ich bin meine eigene Chefin. Das gefällt mir. Modul 1, Aufgabe 3a 1 Wir achten instinktiv viel mehr auf die Sprache des Körpers, als wir meinen. 2 Botschaften der Körpersprache nehmen wir so schnell wahr, wie wir gesprochene Sprache aufnehmen. 3 Körpersignale aus anderen Kulturen bedeuten also oft etwas anderes, als man denkt. E Ich habe schon immer gern gekocht und habe dann nach der Schule eine Lehre als Koch gemacht. Leider war ziemlich schnell klar, dass der Betrieb mich nicht übernehmen kann. Dann hat mir ein Freund erzählt, dass er gehört hat, dass in der Kantine seiner Firma ein Koch gesucht wird. Na, und da habe ich gleich dort angerufen und prompt die Stelle bekommen. Noch bevor sie offiziell ausgeschrieben wurde. Das war echt super. Mir gefällt die Arbeit dort gut. Aber in ein paar Jahren möchte ich schon gerne in einem richtig schönen Restaurant arbeiten. Modul 3, Aufgabe 2 Na, auch auf der Party? Dumme Frage. Wäre ich sonst hier? Och, geht das schon wieder los? Was ist denn mit Ihnen? Haben Sie was Ansteckendes? Nein, aber wenn Sie meine Rückenschmerzen hätten, hätten Sie sich längst krankschreiben lassen. Ganz sicher nicht. Ich würde halt mal zu einem Spezialisten gehen. Na, Sie müssen ja Geld haben. Na, auch gerade nass geworden? Nö, bin mit dem Taxi gekommen. Halt, Schluss damit. Das ist doch nicht zum Aushalten. So funktioniert Smalltalk natürlich nicht. Smalltalk ist doch ein besonderer Gesprächstyp. Es werden zwar nur unbedeutende, allgemeine Themen angesprochen, aber dennoch braucht man ein bestimmtes Maß an Harmonie, eine positive Einstellung dazu. Schließlich geht es dabei um ein gegenseitiges Beschnuppern, um das Aufnehmen eines Kontaktes zwischen zwei oder mehreren Menschen. Frau Dr. Witter, Sie sind Linguistin an der Freien Universität Berlin und erforschen seit Jahren den Smalltalk. Danke, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Gerne, danke für die Einladung. Frau Dr. Witter, was sind Ihre Erfahrungen mit Smalltalk? Egal ob im Flugzeug, im Wartezimmer, beim Arzt, auf einer Party, in Fahrstühlen, auf Empfängen oder einfach in der Kneipe nebenan. Jeder neue Kontakt beginnt mit einem Smalltalk. Und neue Kontakte sind für jeden Menschen, nicht nur im Geschäftsleben, die Basis für den eigenen Erfolg. Bei jeder Kurzplauderei bauen wir unser eigenes Netzwerk aus. Aber bei weitem nicht alle Menschen lieben diese Art des Gesprächseinstiegs. Stimmt. Es ist schon verwunderlich, dass viele Menschen beim Stichwort Smalltalk die Augen verdrehen. Viele empfinden es nämlich als peinlich, so belanglos und oberflächlich zu reden. Sie lehnen es ab, ein vermeintlich nichtssagendes Gespräch zu beginnen. Smalltalk ist für sie einfach leeres Geschwätz. Dabei muss es das gar nicht sein. Es kommt immer auf die Wahl des Themas und die Geschicklichkeit des Sprechers an. Vielen Menschen fehlt es oft an beidem. F Ja, also mich haben eigentlich Computer und alles, was damit zusammenhängt, schon immer interessiert. Deshalb habe ich auch Informatik studiert. Meine alte Firma wurde leider vor einem Jahr aufgekauft und ich wurde entlassen. Ich bin dann gleich zur Agentur für Arbeit gegangen. Dort habe ich mich beraten lassen und wurde regelmäßig über Stellenangebote informiert. Naja, und so habe ich zum Glück dann relativ schnell eine neue Stelle gefunden. Aber was, wenn man nun zu den Menschen gehört, die nicht gerade als Redetalent auf die Welt gekommen sind? Können Sie da ein paar Tipps geben? Es ist für jeden Anfänger in Sachen Smalltalk entscheidend, es sich selbst nicht zu schwer zu machen. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Anspruch, ich muss unbedingt etwas Witziges sagen, in ein Gespräch gehen, wird er schnell verkrampft. Setzen Sie sich selbst nicht unter Druck. Sie sollen ja keinen Smalltalk-Preis gewinnen, sondern einfach nur ein lockeres Gespräch führen. Und noch ein Punkt. Bevor Sie angestrengt versuchen, ein Thema zu finden, reden Sie einfach über etwas Offensichtliches. Wählen Sie ein naheliegendes Thema, das sich Ihnen sozusagen wie von selbst anbietet. Je länger Sie überlegen müssen, was das für ein Thema sein könnte, desto weiter gehen Sie weg von einer einfachen Lösung. Am besten reden Sie darüber, was Ihnen ohne Anstrengung einfällt. Das Wetter, werden jetzt viele sagen. Das Wetter ist immer ein gutes Thema, oder? Ja, warum nicht über das Wetter reden? Jeder tut es, jeden interessiert es und jeder kann mitreden. Auch wenn sich viele gerne über das Wetter als Gesprächsthema lustig machen. Dieser Tipp ist durchaus ernst gemeint. Über das Wetter zu reden, ist eine sichere Nummer. Vor allem, wenn einem einfach nichts Besseres einfällt. Aber mit allen, die man trifft, über das Wetter reden, da muss es doch noch mehr Themen geben. Der beste Anknüpfungspunkt für lockere Gespräche ist natürlich immer Ihr Gesprächspartner. Sie müssen tatsächlich nicht viel mehr tun, als sich für den anderen zu interessieren. Und schon finden Sie Gesprächsthemen im Überfluss. Fragen Sie zum Beispiel nach der beruflichen Tätigkeit Ihres Gegenübers. Besonders dann, wenn Sie von dem, was der andere tut, wenig oder keine Ahnung haben. Die meisten Menschen genießen es, wenn sich jemand mal wirklich dafür interessiert, was Sie jeden Tag tun. Dazu gehört übrigens auch das Thema Hobbys. Wenn Sie das Hobby Ihres Gesprächspartners interessiert, dann lassen Sie es sich erklären. Dabei ergibt sich eigentlich immer ausreichend Gesprächsstoff. Menschen, die eine Leidenschaft haben, lieben es davon zu sprechen. Und das kann, wenn wir uns öffnen, wirklich interessant sein. Man soll gar nicht glauben, wie spannend etwas sein kann, von dem man vorher gar nichts wusste. Vor allem dann, wenn der Gesprächspartner mit Begeisterung davon berichtet. Probieren Sie es einfach einmal aus. Smalltalk ist nicht schwer. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, probieren Sie es aus und berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen in unserem Forum unter www.radio.g. Naja, ich habe vier Jahre Grafik an der FH studiert und schon während des Studiums drei Praktika gemacht. Und nach dem Studium ging das gerade so weiter. Also der Ausdruck Generation Praktikum ist schon berechtigt. Und manchmal ist es echt hart, denn als Praktikant geht man meistens ohne einen Cent nach Hause. Aber was bleibt einem anderes übrig? Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. Tja, und es hat dann tatsächlich doch geklappt. Mein letztes Praktikum habe ich bei einer Zeitschrift gemacht und die haben mir dann endlich einen Vertrag angeboten. Modul 4, Aufgabe 2 Sie hören ein Interview. Dazu sollen Sie zehn Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 1 bis 10 richtig oder falsch sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 10. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Sie haben dazu 50 Sekunden Zeit. Sie haben dazu 50 Sekunden Zeit. Kritik, das ist heute unser Thema. Jeder teilt sie aus, jeder muss sie einstecken. Kritik gehört zum Leben. Je nach Beruf gibt es aber sehr unterschiedliche Formen von Kritik. Wir haben uns umgehört und Menschen in drei Berufen befragt, wie sie mit Kritik im Beruf umgehen. Hören Sie selbst, was Tanja Block berichtet. Sie ist Gepäckermittlerin bei einer deutschen Fluggesellschaft. Wenn die Koffer am Flughafen nicht auf dem Gepäckband sind, rasten einzelne Kunden schon mal aus. Sie haben einen Koffer verloren, was für eine Schlamperei, wurde ich schon angebrüllt. Da hat man schnell einen Stein im Magen. Wir Gepäckermittler müssen für einen Fehler gerade stehen, den andere beim Verladen der Koffer verursacht haben. Und dann? Persönlich darf man diese Beschimpfungen nicht nehmen. Am Anfang lasse ich die Leute laut schimpfen und höre einfach nur zu. Wenn sie fertig sind, sage ich ihnen, dass ich sie verstehe und dass ich gerne behilflich sein möchte. Im Normalfall sind die Koffer in ein paar Stunden wieder da. Wenn Gepäckstücke aber länger auf sich warten lassen, melden sich die Kunden bei uns in der Telefonzentrale. Gibt es auch besondere Fälle? Bei cholerischen Menschen hilft auch manchmal, wenn ich sie mit meinem Chef verbinde. Der sagt zwar nichts anderes, aber bei Personen in einer höheren Position sind die Menschen dann viel kooperativer. Verrückt, oder? Ha! Hm, das war so. Ich war schon während meines Jurastudiums ziemlich aktiv in einem großen Karrierenetzwerk online und habe da unheimlich viele Kontakte geknüpft. So konnte ich auch wirklich wichtige berufliche Kontakte herstellen. Das war nach meinem Abschluss Gold wert, denn tatsächlich habe ich über diese Kontakte meine erste Stelle in einer großen Rechtsanwaltskanzlei bekommen. Dort war ich dann ungefähr zwei Jahre. Einerseits hat mir der Job gut gefallen, andererseits brauche ich immer neue Herausforderungen. Deshalb bin ich dann als Jurist zu einer großen Firma gewechselt, wo ich wieder was ganz Neues gelernt habe. Diese Stelle habe ich in einem großen Stellenportal im Internet entdeckt. Ganz anders dagegen dürfte es im Leben von Toni Trift alias Stefan Volkmann zugehen, denn sein Job ist es, kritisch seine Meinung zu sagen. Er ist Kabarettist. Haben Sie denn gar kein Mitleid? Mitleid? Hm, da könnte ich mal drüber nachdenken, aber ehrlich gesagt habe ich das nicht. Und Argumente gibt es ja genug. Die finde ich jeden Tag in der Zeitung. Was steht denn bei Ihnen besonders in der Kritik? Unehrlichkeit gegenüber den Bürgern und Personen, die heute die eine und morgen die andere Meinung vertreten. Und bei Politikern reizt es mich immer wieder zu zeigen, dass sie versuchen, uns falsche Entscheidungen als etwas Gutes zu verkaufen. Modul 1, Aufgabe 3a 1 Jetzt habe ich nicht nur nette Kollegen, sondern auch abwechslungsreichere Aufgaben. 2 Ich habe weder über Stellenanzeigen in der Zeitung noch über Internetportale eine neue Stelle gefunden. 3 Je mehr Absagen ich bekam, desto frustrierter wurde ich natürlich. 4 Entweder kämpft man sich durch die Praktikumszeit oder man findet wahrscheinlich nie eine Stelle. 5 Bei dem Praktikum verdiene ich zwar nichts, aber ich sammle wichtige Berufserfahrung. 6 Einerseits hat mir der Job gut gefallen, andererseits brauche ich immer neue Herausforderungen. 7 Ich muss mich sowohl um das Design als auch um die Produktion kümmern. 7